Polizei, keine Bewegung, Hände an die Schäbe! So? Nein, so ähnlich ist es abgelaufen in Berlin. Die Berliner Polizei wurde hier von einem libanäsischen Clan bei der Abschiebung eines Clan-Mitgliedes bedrängt von mehreren Geländewagen. Ein Spezialeinsatzkommando musste eingreifen. Das war vor zwei Monaten. Gestern geschehen in Berlin eine Schießerei in Neukölln und das Krankenhaus steht unter Polizeischutz, weil Mitglieder der Familie, hier ein Foto davon, das Krankenhaus für sich in Anspruch nehmen wollen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich dramatisch, was sich in der inneren Sicherheit hier von Tag zu Tag herauskristallisiert, was alles schlechter wird in diesem Land und was anscheinend nicht mehr funktioniert. Es gab hier eine versuchte Abschiebung bzw. eine vollstreckte Abschiebung Anfang Mitte März in Berlin. Die Beamten sind vorgefahren in Berlin-Neukölln, um ein Mitglied einer libanäsischen Familie hier abzuholen und abzuschieben. Standardmäßig wurde dem Familienmitglied ein letzter Anruf vor Beginn der Abschiebungsmaßnahmen gewährt. Und da ist hier der erste Fehler zu verzeichnen. Der Mann hat eine Telefonkette bei arabischen Familienmitgliedern in Gang gesetzt, wo ich mir immer die Frage stelle, wenn ihr jemanden abschieben geht, der Arabisch spricht, habt ihr keinen Dolmetscher dabei? Also ich verstehe nicht, wie der Polizei hier dieser Fehler unterlaufen konnte. Und so ist es im weiteren Verlauf dann bei Fahrtbeginn dieses Zivilwagens zu folgender Situation gekommen. Mehrere Geländewagen haben den Wagen blockiert, haben ihn eingekeilt und haben versucht, ihr Familienmitglied hier frei zu bekommen quasi. Die Zivilstreifen oder die Beamten in dem Zivilwagen haben geistesgegenwärtig sofort die Spezialeinheit der Bundespolizei hinzugezogen, die eigentlich für die Abschiebungen hier verantwortlich ist. Und es ist ungefähr ein Dutzend Autos der Bundespolizei angerückt, um diese Blockadesituation aufzulösen. Man hat das Clanmitglied aus dem Zivilwagen genommen, hat es in einen erkennbaren Streifenwagen gesetzt und hat dann versucht, die Fahrt fortzusetzen Richtung Flughafen Schönefeld. Doch dem Ganzen nicht genug. Kurz vor Eintreffen am Flughafen Schönefeld gab es eine kleine Verfolgungsjagd. Die Bundespolizei in dem Streifenwagen mit dem abzuschiebenden Libanesen wurde verfolgt von eben diesem Geländewagen aus Neukölln. Es konnte hier kurz vor Eintreffen am Flughafen, konnten die Verfolger abgeschüttelt werden und man hat das Flughafenareal betreten können. Das ist Deutschland 2024. Das war Berlin im März 2024. Es ist katastrophal, dass sich hier die Libanesen selbst auf Augenhöhe mit der Polizei denken zu sehen und versuchen hier so offen gegen eine Abschiebung vorzugehen. Und wenn wir Frau Faeser Glauben schenken wollen, dass die Verurteilung auf dem Fuße zu folgen hat und dass es einen starken Staat geben muss, dann müsste man hier schon jetzt die Meldung haben, dass dieser Vorfall, der vor acht Wochen sich ungefähr ereignet hat, dass die ganzen beteiligten libanesischen Familienmitglieder hier in Haft sitzen und auf ihre Abschiebung warten. Das wäre ein konsequenter Rechtsstaat. ...einem Lokal zu Boden. Er ist lebensgefährlich verletzt. Die Zeugen berichten von einer Schussabgabe, nachdem sich mehrere Personen gestritten haben sollen. Der aktuelle und der ehemalige Besitzer eines angrenzenden Friseurladens sind hier offensichtlich in Streit geraten. Notärzte und Rettungssanitäter sind zu dem 20-jährigen Schwerverletzten geeilt und während diese hier versucht haben, die Ersthilfe zu leisten, gab es randalierende und pöbelnde Männer. Es kam zu einem Großeinsatz für die Polizei in Berlin-Neukölln, um die Meute hier in den Griff zu bekommen. Mindestens eine Person wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Das Krankenhaus, in dem der Schussverletzte jetzt behandelt wird und liegt, steht rund um die Uhr unter Polizeischutz in Berlin. Dafür ist anscheinend noch Personal da. Im Krankenhaus kämpfen hier die Ärzte um das Leben des Clan-Mitgliedes aus Neukölln. Vor der Klinik die Familienangehörigen belagern laut Augenzeugen Einsatzkräfte und Krankenhauspersonal. Ich zeige jetzt hier ein Foto dieses Belagerungspersonals und da können wir uns alle mal ein Bild davon machen, was das für Leute sind. Und auch heute früh, der Vorfall war schon gestern, ist nicht klar, ob der Angeschossene hier überlebt und der Polizeischutz für die Klinik wird fortgesetzt. Das ist Deutschland 2024, das ist Berlin 2024 und wir sehen hier ganz klar, die Strafverschärfung für Angriffe auf Polizei und Rettungsbeamte verpufft bei solchen Clan-Mitgliedern wirkungslos. Hier müssen wir das als Abschiebungstatbestand endlich in unser Gesetz aufnehmen. Wer in Deutschland einen Sanitäter, einen Feuerwehrmann oder einen Polizisten im Dienst angreift, verwirkt das Recht auf dauerhaften Aufenthalt, auch auf vorübergehenden Aufenthalt. Den könnten wir danach, wenn wir das Gesetz geändert haben, einfach abschieben und könnten ihn auch mit einer Wiedereinreisesperre belegen. Das gibt das deutsche Gesetz aktuell nicht her, aber es wäre verfassungsgemäß zu ändern, dass es das Gesetz in Zukunft hergibt. Denn wir bestimmen über die Regeln, an die sich alle halten müssen, die auch hierher kommen. Jeder, der in der Politik was anderes sagt, ist nicht ehrlich und macht nur Klientelpolitik. Wir können ganz klar unser Aufenthaltsgesetz dahingehend ändern, dass es abschiebungsrelevante Straftatbestände gibt. Und da könnte man so ziemlich alles reinmachen von Messergewalt, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, versuchter Mord, versuchter Totschlag, Mord, Totschlag generell. Also wir könnten das alles einzeln aufführen als abschiebungsrelevante Tatbestände. Für den Antisemitismus hat man ja jetzt eingeführt, dass man den deutschen Pass nicht mehr haben kann. Wenn man sich gegen Israel äußert, da sind sie ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Gesetze zu ändern. Aber wenn sie uns vor Straftätern schützen sollen und vor allem vor solchen Leuten, die anscheinend schon ein bisschen länger hier sind und trotzdem unseren Staat missachten und mit Füßen treten, dann müssen wir diese Leute hinausgeleiten und am Ende auch mit Gewalt. Das ist Berlin 2024. Wir könnten die Gesetze einfach ändern. Die Politiker, sie müssten sie nur schreiben, darüber abstimmen, sie verabschieden. Der Bundespräsident unterschreibt sie dann und dann kommen sie ins Bundesgesetzblatt. Und dann könnten wir das einfach tun, weil du und ich, wir wählen die Politiker, die entscheiden sollen, was du und ich am Ende für eine Politik haben wollen. Das ist in diesem Land ad absurdum geführt worden. Es macht jeder, was er will. Sie tanzen wie die Maden im Speck sprichwörtlich oder die letzte Band auf der Titanic. Hochmut kommt vor dem Fall. Und so wird es hier am Ende auch Politiker treffen, die für die Verrohung der Gesellschaft mitverantwortlich sind, die für das Erodieren der inneren Sicherheit mitverantwortlich sind. Und das sind nämlich am Ende alle Parteien, die mal Regierungsverantwortung in diesem Land hatten. Und damit sind es eigentlich alle außer die AfD. Ich bin gespannt auf deine Meinung, wie du das siehst hier in Berlin, die Verrohung der Gesellschaft. Ich könnte mal ein Video machen, 24 Stunden in Berlin, was hier so alles passiert, wie viele Gewalttaten und was alles so für krasse Gegensätze in dieser Stadt herrschen. Ich bin gespannt auf deine Meinung, auch ob du das so wie ich siehst, wer hier Vollstreckungsbeamte, Feuerwehrleute, Sanitäter, Krankenhauspersonal angreift, der hat sein sofortiges Aufenthaltsrecht verwirkt. Das ist nicht unmenschlich, das ist eigentlich ein Gebot der Nächstenliebe. Denn wenn ich meine Nächstenliebe wie mich selbst, dann unterlasse ich solche Gewalttaten. Denn sie sollen am Ende jedem helfen. Aber genug der Nächstenliebe, da sind wir schon wieder viel zu nah bei der christlichen Kirche. Die mag ich auch nicht, aber schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Deutschland 2024, das Beste, was wir hier hatten. Fühlst du dich noch sicher?